Mit kräftigen Flügelschlägen jagte May über die Dächer des Palastes. Vorbei an hohen Kuppeln, in denen sich das Mondlicht spiegelte. An spitzen Türmen und steilen Giebeln, deren dunkle Umrisse in den Himmel aufragten. Wind peitschte ihr ins Gesicht, zerrte lange Strähnen aus dem geflochtenen Zopf und zerzauste die Rabenfedern auf ihrem Rücken. Sie verlagerte das Gewicht nach rechts, legte sich in die Kurve und steuerte auf das hohe Gebäude schräg gegenüber zu. Hochkonzentriert fegte May im Slalom um mehrere Wasserspeier, die wie Soldaten auf der Brüstung eines Balkons standen. Schon bei der kleinsten Unachtsamkeit bestand die Gefahr, versehentlich die Mauer oder einen der Steinkolosse zu streifen. Obwohl ihr das Risiko bewusst war, zog sie der Parcours aus Bauwerken beinahe magisch an und forderte sie Nacht für Nacht heraus, ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Die Arme und Flügel nah am Körper halten, schoss sie zwischen zwei Fahnenstangen hindurch und wich einer dritten aus, bevor sie sich aufwärts schraubte. Ihr Herz raste und sie ließ sich vom Aufwind getragen über Ellidor treiben, bis ihr Atem zur Ruhe kam. Die Sterne funkelten über der schlafenden Stadt am blau-schwarzen Firmament und May genoss die Stille fernab von jeglichen Verpflichtungen. Als Kind hatte sie es geliebt, mit ihrem Vater um die Wette zu fliegen, die grenzenlose Freiheit des Himmels zu erkunden und riskante Manöver auszutesten. Auch wenn er als Kommandant der Aschekrieger ununterbrochen beschäftigt gewesen war, hatten die ersten Minuten der Morgenstunde nur ihnen gehört. Mays Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Es verging kein Tag, an dem sie ihn nicht vermisste. Sich wünschte, er könnte weiterhin mit ihr durch die Wolken streifen. Blinzelnd verdrängte sie das Brennen in den Augen, legte die Flügel an und ließ sich in die Tiefe fallen. Klirrende Kälte schlug ihr entgegen und sie brauste mit dem Kopf voran Richtung Boden. Schneller, immer schneller kam der Palasthof näher. Adrenalin schoss durch ihre Adern und beinahe konnte sie das Rauschen mächtiger Schwingen hören. Ihr Vater war ihr stets dicht auf den Fersen gewesen, um einzugreifen, falls sie die Kontrolle verlor. Der Zauber der Erinnerung nahm sie gefangen, vertrieb die Furcht vor dem Aufschlag, die an Mays Vernunft appellierte, und sie dazu drängte, den Sturzflug zu unterbrechen, bevor es zu spät war. Sie wollte den Augenblick hinauszögern und am trügerischen Gefühl der Zweisamkeit festhalten, ehe dieses verblasste. May raste an den Zweigen uralter Bäume vorbei, direkt auf die Pflastersteine zu. Erst in letzter Sekunde breitete sie die Flügel aus und ein Ruck ging durch ihre Glieder, als sie abrupt abbremste. Ein protestierendes Stechen jagte May durch die Rückenmuskulatur, doch sie nahm den Schmerz nur als dumpfen Nachhall wahr. Erneut schwang sie sich in die Höhe, während die ersten Sonnenstrahlen des Tages hinter der Silhouette der Stadt hervorkrochen und den Himmel lila färbten. Erneut schwang sie sich in die Höhe, während die Rückenmuskulatur, die in der Höhe, während die Rückenmuskulatur,